Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen weiteren Folge Portal 2. Wir spielen heute Franks Co-Op Session Nummer 16. Going Up Again heißt das Ganze. Man kann es zwar nicht lesen, aber ich habe mir das eben gemerkt. Oh, du wirst ja ein ganz schlauer. Oh, guck mal nach oben. Ja, ich sehe es. Aber da kommen wir schon mal nicht durch. Also müssen wir irgendwas mit hier machen. Oh, hier ist ein Cube. Was macht das Ding? Ah, da ist das Band. Warte, lass mich mal den Cube da... Ah, nee, warte mal. Ich nehme den Cube mit da rüber. Ich glaube, das ist wichtiger. Warte mal, ich gehe mal kurz runter. Ja. Okay, dann geht das wieder weg. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, ich kann hier rüber springen. Du kannst hier rüber, hier rüber bouncen. Ja, ja, genau. Ah! Ich weiß, was wir machen müssen. Ah, da ist ein Cube dran, ne? Nee, geht gar nicht. Dann gehört es ja wieder auf. Warte mal, was passiert denn hier? Hallo? Ja, das ist ein Cube. Achso, dann kriegen wir einfach nur einen neuen Cube. Ah, nee, warte mal. Ja! Ja, 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 genau. Und stell dich hier einfach selber drauf, genau. Jetzt musst du da rüber. Warte, dann muss ich rüber gehen. Ah! Was passiert? Ich habe... Achso, hier ist auch ein Band. Ups. Ich habe es ein bisschen verkackt eben. Weil du machst da dieses Ding an. Und ich wollte eigentlich das hier machen. So. Das ist ein bisschen verkackt, ne? Warte. Wie mache ich denn das am besten? Der Würfel muss auf der anderen Seite liegen. Achso, warte. Äh. Äh. Warte mal. Ah, ich kann hier nichts hinsetzen. Was heißt denn auf der Hand? Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, ich guck mal, warte mal. Wo muss der dran? Hier dran muss der, ne? Ja, also hier mit den. An den, ja. F war es, ja, hier. Achso, da. Ja, 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 da. Da muss der dran. Deutet. Geht der da drauf? Mach mal deine Wand, mach mal deine Wand wieder auf, bitte. Auf den Knopf. Meine Wand auf. Genau. Lol. Das geht an. Alter, Finne. Ich dachte, äh, nur mein... Oh, ich hab den Trick raus. Ich hab den Trick raus. Äh, ja. Du musst mal herkommen. Kann sein, dass wir uns eben grad in der Luft getroffen haben, als wir beide losgesprungen sind. Ich würd das gerne in der Aufnahme sehen. Mach mal das Band wieder. Mach mal das Band, bitte. Danke. Du hast mich gebackt. Mach das Band weg. Kannst du dich nicht bewegen? Nö, ich bin gebackt. Jetzt bin ich tot. Ich wollte einfach nur weitergehen, um zu gucken, was passiert. Ja, du hast mich volle Kanne gebackt, aber wie sonst was, ey. Aber was mach ich denn hier? Okay. Wow. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber eine Sache muss man schon mal sagen, ne? Das Tümpelwasser, was hier ist, ne? Ja. Sieht schöner aus wie bei Pokémon-Gedöns-Arkeos, oder wie das heißt. Du musst wieder zurückkommen, bitte. Es ist ja echt peinlich, wie das da aussieht. Auch wenn das an sich ein schönes Spiel ist, ne? Ja. Aber das war so, oder die Grafik ist halt echt nicht so. Huh. Das war knapp. Jetzt musst du zurück. Oh, ne. Ich hätte zurückgemusst. Ich Idiot. Ist doch egal. Wir haben uns schon wieder in die Luft berührt. Jetzt ist der Würfel unten. Jetzt ist hier irgendwas bestimmt aufgegangen. Warte. Ah ja, die erste Stufe ist weg. Ah. Na, nicht ganz. Äh, was passiert. Mach nochmal an. Ich muss hier bleiben. Ich kann nach, ich kann nach, ich kann nach oben. Dann geh du mal nach oben. Was passiert jetzt? Ähm, ich bin jetzt hier. Warte mal. Ich drück mal den Knopf. So eine Welle. Wir kommen Cube. Ach so, okay. Das ist da drüben. Okay. Mach nochmal, drück nochmal den Knopf. Weil dann bleibt er da drauf liegen. Ja. Was ist das? Der Schräge. Ah, da kommt, mach nochmal. Ja, da kommt hier oben bei mir ein Ball. Kriegst du den Ball? Der musst du mir... Nee, da ist der rote Laser zwischen. Das heißt, ich kann dir nicht groß helfen. Warte mal. Was macht denn das hier? Ja, aktiviert hier irgendwas, aber da fehlt noch eins für. Ach so. Oder zwei. Die von dir oben kommen. Was hast du da noch? Ja, da brauche ich den Ball für. Okay. So, warte. Äh. Kannst du irgendwo noch langlaufen? Warte mal. Äh, mach mal den Ball wieder an. Was passiert dann? Ja. Hahaha. Jawohl, ich hab das Band. Warte mal. Das funktioniert auch nur, wenn der... Wenn da ein Cube drauf liegt, ne? Was passiert jetzt hierbei? Nix. Ich hab nix gesehen. Geh nochmal zurück und guck mal, ob der, ob der, ob der, das Band anbleibt, wenn du den Cube runter... Nee. Oh. Alter, da willst du wohl nicht drauf kommen, hä? Warum machst du es so rum? Dein Ernst? Hier ist nichts, oder was? Ja, der hat mich voll gebetet. Oh, gebeten. So, du kannst da so einen Laser aktivieren irgendwo. Guck mal gerade. Laser? Warte mal, nicht auf das Band treten. Nee. Nee, ich habe hier wirklich nur... Ah, warte mal, hinter mir, hinter mir ist was. Hier ist auch ein Cube rausgekommen. Hier ist ein Laser einmal und ein Cube. Ah, warte mal, warte mal. Sag. Sag. Was wird dabei zerstört? Das war der Würfel wahrscheinlich, der ist nochmal neu rausgekommen bei dir. Okay, warte mal. Ja. Hier ist jetzt eine Emanzipationswand. Ich kann den Würfel nicht mehr da platzieren. Okay, wenn ich jetzt hier draufgehe, geht wahrscheinlich mein Würfel kaputt. Mach mal. Ja. Mein Würfel geht kaputt. Ja, dieser Laser ist auch nur dafür da, damit dein Würfel kommt. Mehr auch nicht. Ja. Und das ist dafür da, dass ich dir die Brücke mache. Aber warum funktioniert das andersrum nicht? Weißt du, was ich meine? Haha, ich habe gecheatet. Ist doch egal. Wenn es funktioniert, ich weiß drauf. Cheater. Cheater. Aber der Würfel muss hier rüber. Ich muss den Würfel... Meiner? Meiner. Ich habe ja auch noch einen hier, ne? Ja, kannst du mir aber nicht runtergeben, ne? Nee. Nee. Warte mal, warte mal. Ich gehe mal kurz zurück. Bleib mal stehen. Nee, hier ist nur eine Glaswand. Weil hier mache ich den Laser mit an. Ja, da kann ich nur den Laser anmalen. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Machen wir doch mal das Band, bitte. Der Würfel ist raus... Äh, der Ball ist rausgefallen. Entschuldigung. Ah, was mache ich denn hier? Bin dagegen gelaufen. Ach, da schaltet man ja von Anfang an. Oh, oh. Kann ich dich noch weiter hochschicken vielleicht? Warte mal. Nee. Geht noch irgendwas anderes an? Nee. Warte, ich gucke hinten da, wo ich die Würfel herbekomme. Nee, nix. Also hier muss der Würfel hin. Er muss hier hin, damit wir weiterkommen. So, jetzt ist die Frage... Ja, dein Würfel muss da hin. Ja. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum das so scheiße hier gemacht ist, damit ich hier durchkomme. Ich habe hier irgendeinen Knopf gedrückt, der irgendetwas aktiviert hat. Ich weiß nur nicht was. Mach nochmal. Kann ich nicht. Der ist gedrückt. Der ist dauergedrückt. Der ist dauergedrückt. Es hat nichts bei mir hier oben verändert. Auf jeden Fall. Theoretisch könnte ich runterkommen, ne? Ja, stimmt. Ja, du musst runterkommen in den Würfel. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott, ey. Ich nehme ihn mit. Tschüss. Arribi Dutschi, du alte Arschpocke. Und da drauf. Was macht denn das? Da entlang, da entlang. Du musst jetzt nur den Laser aktivieren. Ich bin tot. Hier ist ein Knopf. Ach so, was macht der? Und das macht... Die nächste Etage frei. Wie komme ich jetzt hier weg, ohne zu sterben? Warte mal, ich gucke mal, ob ich dich holen kann von oben. Warum? Du kannst doch sterben. Das ist doch gar kein Problem. Ja, das ist aber nicht der Sinn der Sache, oder? Ich habe mich gefragt, was der Laser so macht. Naja, aber das heißt... Das ist nicht der Sinn der Sache, aber... Pfff... Wenn es funktioniert... Hier ist ein Knopf. Kein Zeitknopf. Ah, hier ist noch was. Guck mal. Okay, das bringt schon mal gar nichts. Gleichzeitig? Drei, Zwo, Eins. Nö. Hm. Guck mal, hallo. Hallo. Ah, hier unten ist was. Aua. Hm. Okay. Okay. Okay, kommen wir nur so hier hoch. Ah, guck mal. Aua, 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 aua. Hallo, renn doch nicht da rein. Oh Gott. He. Und du? He? Wo bist du? Unten gewesen, kurz. Achso. Ja, aber dein Leser geht ja jetzt hier rein. Aber es macht nichts, okay. Muss der Leser richtig justiert werden? Aua! Drück mal die Knöpfe, Britta. Ich will mal woanders gucken. Was da passiert. Warte, der Leser hier muss richtig justiert sein. Drück mal den Viag. Der war nicht in der Mitte. Ne, immer noch nicht. Warte. Der muss gerade sein. Ja, drück mal den anderen Knopf, bitte. Ja, der liegt falsch bei dem gelben Portal. Versuch mal dein gelbes Portal ein bisschen zu justieren. Aber meinst du, das macht was? Wenn der in die Mitte geht, vielleicht aktiviert er das Ding. Oder ist das... Ja, das kann ich nicht anders setzen. Okay, vielleicht ist das ja so ein Ding, wo Farbe rauskommt, hä? Mhm. Da kommt Farbe. Oh, warte mal. Warte mal. Wir müssen vielleicht alle Knöpfe gleich nacheinander drücken. Ähm, wir haben ja eine bestimmte Zeitvorgabe. So. Geh mal an den einen Knopf bei dir. Auf der anderen Seite. Ich bin beim Viereck, ja? So, ich bin beim Punkt. Drei, zwei, eins. Schnell rüber rennen und den anderen drücken. Hab nichts gebracht. Warte, mach nochmal. Ich bin... Ah, guck mal. Wir sind blöd. Wir müssen tatsächlich alle vier schaffen, damit der Würfel runterfällt. Wie alle vier schaffen? Guck mal, guck mal bei mir im Bild. Guck mal bei mir im Bild. Siehst du das? Ja. Diese vier Kreise da hinten beim Würfel. Die müssen alle vier gleichzeitig gedrückt werden. Wie viele Kreise beim Würfel? Ja, guck doch mal. Siehst du die Kreise? Ach da, jao! Okay. Ja, 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 ja. So. Drei, zwei, eins, go. Nichts passiert. Hat das bestimmt... Alter, das kann auch sein, dass das eine Reihenfolge hat. Nein. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Was? Von... Von... Von meinen beiden aus... Ja. Dauert es zu lange. Echt? Warte, ich sag dir wie, ja. Ich sag dir wie. Oh! Hahaha! Du Schlau-Fuchs! Drei, zwei, eins. julie julie ach so ja warte mal ich bin doch blöd weißt du wofür wir das gelee nutzen müssen ja den cube holen um den um den dingens zu killen wunderbar geklappt kannst du den laser mal holen aus dem nebenraum sterb doch kleiner ficker we can go hoch let's go to the mall today set is the end haha du bist eingeschmert tschüss ne ich mach nur spaß daumen hoch vielen dank leute dass ihr uns zuschaut das ist doch so cool bis dahin tschüss oh 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 oh